Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer eine Harry, servus, grüßt euch und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt Akku rein glücklich sein, da ist der Harry, servus, mein Nachbar kommt gerade zu mir und sagt, er bringt seine Radschrauben nicht auf, hast du mir nicht einmal einen Akkuschrauber, sage ich, natürlich haben wir das sogar drei Stück, ich habe den ganz kleinen dabei, dann habe ich den im Pack so 18230 dabei und den 400 habe ich dabei, also ich habe alles dabei, theoretisch müssten sie eigentlich aufgehen, gell? Aber jetzt probieren wir es einmal aus, weil viele von euch immer sagen, ich bringe meine Reifen nicht auf, weil ich habe selbst mit dem kleinen bis jetzt alle Reifen aufgebracht, dann frage ich immer, du, was hast du für ein Akku genommen? Ja du, den 4 Ampere, mal einen mit 2,5 Ampere, ich habe letztens, ich weiß nicht mehr welche Maschinen, habe ich einen 4 Ampere Akku drin gehabt, dann nehme ich den 6 Ampere Akku, das war der Unterschied zwischen Tag und Nacht schon von der Qualität her einfach. Also, ihr braucht es nicht mit dem 4 Ampere Akku anfangen und wenn ihr eure Räder anknallt habt, wie ihr das versteht, mit dem Radkreis und mit der Verlängerung und versuchen das dann aufzumachen, gell? Normaler Anzug, eine Räder mit 120 oder von 140 Newtonmeter muss normalerweise sogar der Kräune aufbringen, also ist bis jetzt bei mir gegangen, aber das probieren wir jetzt aus. Ich nehme jetzt als erstes den kleinsten, mit dem 6 Ampere Akku, natürlich mit einer Schlagnuss und auch keine normale Nuss nicht nehmen vom Werkzeugkasten, weil das geht nicht. Was sage ich? Das ist der kleinste, das ist der kleinste und dann holst du immer, der bringt die Schraube nicht auf, dann habt ihr das einfach wieder anknallt, wie ein Depp verstehe ich, oder ein Kindergarten-Aku genommen. So, jetzt nehmen wir nochmal einen Kreis, andersrum, natürlich gar kein Problem, ist eh klar, weil wenn es der kleinste schafft, schafft es der mittlere, erst recht, und der große. Ist natürlich, muss ich nur einstellen, auf drei, und dann ist es schlafen. Aber das zum Thema, selbst der Kleine bringt alles auf, probieren wir es hinten noch, nehmen wir die zwei mit, den großen lassen wir liegen. Der kleinste, man merkt schon, die sind echt anknallt, merkt man, aber... Ich gehe da auf, ich muss nur die Gefühle hinziehen. Da sieht man es jetzt auch, der ist nur stärker anknallt, wenn die noch weitermachen, wird es wahrscheinlich gehen. Aber, selbst der Kleine macht die auf, also gar kein Problem. Für die, die wollen wir sagen, es geht nicht, es geht, es geht, wenn man den richtigen Akku hat. Jetzt würde ich sagen, ich mache die andere Seite nur dazu, brauchen wir euch aber nicht, und das wollt ihr auch gar nicht sehen. Und dann schließen wir das Video, sage ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Bleibt es gesund, bleibt es wie ihr seid, und schaltet es wieder ein, wenn es heute da akkurat glücklich sein soll. Das ist der Harry, ciao, servus, macht's gut.